heute review ich mit euch nicht nur irgendein cooles kubi set nein wir öffnen auch vor allen dingen den karton und hoffen dass wir dann etwas gewinnen willkommen in der nordenklötzchen scheune mein name ist blogs da und freunde september 2024 ist zeit für ein neues set das von kubi hergestellt wurde in kooperation mit dem deutschen panzer museum in munster das set 2628 die panzer haubitze 2000 die ihr vielleicht aus formaten kennt wie der tagesschau das coole ist dass es dieses set mitte september exklusiv eine zeit lang nur im deutschen panzer museum in munster zu kaufen gibt und dass die ersten 300 sets 40 eintrittskarten gewinnen können also es heißt dass in den ersten 300 sets in 40 eine eintrittskarte steckt und deswegen finde ich wird dieses review heute doppelt spannender spannender als so manches fifa pack opening auf twitch wir können nämlich heute die panzer haubitze 2000 bauen und mit viel glück etwas gewinnen also freunde dann spurten wir uns mal und gehen auf den bautisch damit wir schauen ob wir wirklich nicht nur das wahrscheinlich sehr coole klemmboschern set im karton wir haben mitte september 2024 und daher endlich auf dem bautisch liegen das kubi set 2628 aus der armed forces serie in kooperation mit dem deutschen panzer museum in munster die panzer haubitze 2000 im maßstab 1 35 und nicht irgendeine panzer haubitze sondern genau die panzer haubitze die auch im deutschen panzer museum in munster steht und ganz besonders hier ist noch der frill wenn wir gleich den karton öffnen dass die ersten 300 sets 40 eintrittskarten beherbergen könnten also haben wir hier vielleicht sogar das glück und haben einen eintritt hier noch zu gewinnen schauen wir uns die rückseite diese setze im maßstab 135 an wir haben tausend und sechs steinchen wir haben hier die fakten wir sehen hier jeweils einmal original foto der haubitze von hinten sowie hier beim set dass wir die klappen aufmachen können genau wie hier überall gibt es klappen zu öffnen und natürlich lässt sich auch das große geschützt der turm drehen mit der 155 millimeter kanone ganz typisch ja hier auch diese interessante mündungsbremse wir sehen wir haben ganz ganz viele drucke und hier noch einmal ein original foto aus den hallen des museums wir lassen jetzt unsere haubitze einmal fliegen denn wir wollen ja wissen was sich im karton verbirgt und ganz besonders freue ich mich auch hier auf dieses typen schild und drückt mal die daumen ob ich eine eintrittskarte hier im karton finde ja freunde da haben wir drei bau abschnittstüten unseres kobe selbst 26 28 einmal die 21 die drei und einmal die 1 die 1 ist sehr doll gepackt ich kann euch sagen dass ich leider keine auf dem ersten blick eintrittskarte gefunden habe dafür eine schöne im hochglanzdruck gehaltene anleitung klammer gebunden im format diener 4 ganz wichtig noch das ganze fahrzeug wird 34,5 zentimeter lang und elf zentimeter hoch beziehungsweise auch elf zentimeter breit und hier sind die tüten auch relativ voll gepackt wir haben ja wie gesagt hier 1000 6 steine für ein set das im maßstab 1 zu 35 daher kommt relativ viel das set ist ab acht jahren gehalten und natürlich haben wir hier nur drucke keine aufkleber ganz wichtig dass wir hier immer eine legende haben welche steine wir brauchen wir fangen an mit unserer tüte 1 die hole ich gleich wieder hoch die reißen wir auf und dann sortieren wir uns die steine wie wir das wollen nach farbenform das ist frei eurem gusto gehalten und dann bauen wir von bau step zu bau step durch also hier von 1 bis denn wir haben keine seitenzahlen hier unten sehen wir immer in den rechteckchen welche steine wir brauchen und feile weisen uns den weg und auf dem ersten blick erkennen wir schon dass immer der aktuelle bau step der ist der in farbe gehalten ist wir haben ganz oft kleinere fensterchen die etwas erklären wie gesagt feile weisen uns den weg und wir haben ganz oft auch anlegehilfen dann brauchen wir gar keine noppen zählen und fertig sind wir dann mit den bau step 154 wenn wir das rohr bzw hier ein periskop montieren ich wollte noch einmal schauen dass ich euch hier so eine anlegehilfe zeigen kann hier zum beispiel bei so einem kleinen bar da braucht ihr einfach nur den stein die stange dagegen halten und schon wisst ihr welches ihr braucht auf den letzten seiten dann traditionell jetzt immer die steine die verbaut sind mit der richtigen nummer wie sie bei kobe heißen und die anzahl ganz wichtig weil wenn euch mal steine fehlen dann könnt ihr es gleich hier unten auf der webseite bei kobe monieren keine werbung dafür drei vollgepackte seiten eigentlich ja vier mit steinen die im set verbaut sind ihr werdet die steine gleich alle wiedersehen wenn ich für euch unsere panzerhaubitze 2000 klemme ich freue mich euch jetzt hier fakten präsentieren zu dürfen und ich weiß darauf freut ihr und ihr wünscht mir viel spaß beim klemmen bietbildzeit ist faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über die reale vorlage des kobe setz 2628 wir sprechen über die panzerhaubitze 2000 die panzerhaubitze 2000 abbekürzt pzh 2000 ist ein hochmodernes selbstfahrendes artilleriesystem das in den 90er jahren von der deutschen rüstungsindustrie entwickelt wurde die entwicklung dieses waffensystems wurde hauptsächlich von der deutschen firma kraus maffay wegmann kurz kmw in zusammenarbeit mit rein metall durchgeführt das ziel war es ein hoch mobiles präzises und durchschlagkräftiges artilleriesystem für das herz zu schaffen die panzerhaubitze 2000 ist ein kettenfahrzeug mit einem gesamtgewicht von etwa 55 tonnen die hauptwaffe ist ein 155 mm geschützt das eine rohrlänge von 52 kalibern aufweist diese waffe kann nato standard munition verschießen was eine hohe flexibilität in multinationalen einsätzen ermöglicht die maximale schussweise beträgt bei standard munition etwa 30 km während mit speziellen reichweiten verstärkern wie zum beispiel der sogenannten base blit munition entfernungen von bis zu 40 km erreicht werden können das system zeigt sich durch eine hohe feuergeschwindigkeit aus es kann drei schuss in weniger als zehn sekunden und bis zu zehn schuss pro minute abgeben diese hohe feuerrate wird durch das halb automatische ladesystem ermöglicht dass die granaten schnell in das geschütz nachführt die panzerhaubitze 2000 wird von einem mtu mb 881 k 500 v 12 dieselmotor angetrieben der 1000 ps leistet und dem fahrzeug eine höchstgeschwindigkeit von 60 km pro stunde auf der straße ermöglicht dank des tropneumatischen fahrwerks kann es sich auch in unwegsamen gelände schnell und effektiv bewegen die reichweite des fahrzeugs liegt in etwa 420 km bevor es wieder mit kraftstoff betankt werden muss in bezug auf dem schutz ist die panzerhaubitze mit modularer panzerung ausgestattet die einem hohen schutz gegen später und leichte infanteriewaffen bietet zudem verfügt das fahrzeug über ein automatisches brandschutzsystem sowie ein abc schutzsystem schutz vor atomaren biologischen und chemischen bedrohungen die panzerhaubitze 2000 ist mit einem hochmodernen feuerleitsystem ausgestattet das unter anderem die global positioning system kurz gps daten nutzt um präzise zielkoordinaten zu berechnen das system ermöglicht es mehrere granaten mit unterschiedlichen flugbahnen abzufeuern so dass sie gleichzeitig auf dem ziel einschlagen diese taktik wird als mrs multiple rounds simulation impact bezeichnet hierbei können bis zu fünf granaten in verschiedenen höhen abgeschossen werden so dass alle nahezu gleichzeitig auf das ziel treffen diese fähigkeit verleiht der panzerhaubitze 2000 eine enorme taktische flexibilität die panzerhaubitze 2000 wurde ursprünglich für die bundesfähre entwickelt und ist heute das wichtigste artilleriesystem der deutschen streitkräfte sie wurde seit ihrer einführung kontinuierlich verbessert und in verschiedenen ländern eingesetzt zu den aktuellen nutzerstaaten gehören die bundesrepublik deutschland hier nutzt die bundeswehr etwa 108 fahrzeuge dieses typs das königreich der niederlande deren streitkräfte etwa 57 panzerhaubitzen einsetzen italien hat 70 fahrzeuge in dienst gestellt griechenland verfügt über 24 panzerhaubitzen die in den frühen 2000er jahren angeschafft wurden litauen hat 21 fahrzeuge aus ehemaligen deutschen beständen erworben kroatien betreibt 16 fahrzeuge ungarn bestellte im jahr 2018 24 panzerhaubitzen die in den folgejahren ausgeliefert wurden katar hat 24 fahrzeuge in dienst gestellt dies im jahr 2013 bestellte seit dem jahr 2022 setzt auch die ukraine die panzerhaubitze 2001 deutschland und niederlande lieferten im rahmen von militärischer unterstützung aufgrund des russischen angriffskriegs mehrere dieser artilleriesysteme an die ukraine im juni 2022 erhielt die ukraine die ersten zwölf panzerhaubitzen von beiden ländern diese spielten eine wichtige rolle bei der unterstützung der ukrainischen streitkräfte in kampf gegen die russischen invasoren die panzerhaubitze 2000 wurde in mehreren internationalen einsätzen getestet und eingesetzt darunter im rahmen der nato operationen besonders im einsatz in afghanistan wurde das system geschätzt da es aufgrund seiner hohen mobilität und reichweite ideal für die unterstützung von operationen in großen und schweren unzugänglichen gebieten waren in der evaluation durch die nutzerstaaten wird immer wieder die robustheit die hohe folgeschwindigkeit und die treffsicherheit auch unter widrigen bedingungen hervorgehoben in der ukraine bewerte sich die panzerhaubitze ebenfalls in den kämpfen gegen die russischen aggressoren ihre reichweite und präzision ermöglichten es den ukrainischen streitkräften gegnerische stellungen gezielt und aus sicherer entfernung zu beschießen das system zeigte sich widerstandsfähig in den extremen bedingungen dieses krieges obwohl die panzerhaubitze 2000 bereits ein sehr leistungsfähiges system ist wird weiterhin an ihrer modernisierung gearbeitet neue sensoren verbesserte kommunikationssysteme und die integration von uavs unbemannten luftfahrzeugen zur aufklärung und zielzuweisung sind nur einige der geplanten updates die das system zukunftssicher machen sollen des weiteren wird an neuen munitions typen gearbeitet um die reichweite und die durchschlagskraft weiter zu erhöhen die panzerhaubitze 2000 gehört zweifellos zu den leistungsfähigsten artilleriesystemen weltweit ihre kombination aus hoher mobilität reichweite folgeschwindigkeit und präzision machte zu einem wichtigen bestandteil moderner militärische operation dank ihrer modularität und der möglichkeit zu kontinuierlichen modernisierung bleibt sie auch in den kommenden jahren eine schlüsselkomponente der artillerie in zahlreichen streitkräften auf der welt mit den vielseitigen einsatzmöglichkeiten und den zahlreichen nutzer staaten ist die panzerhaubitze 2000 nicht nur ein paradebeispiel für deutsche ingenieurskunst nein sondern auch ein bedeutender beitrag zur militärischen leistungsfähigkeit vieler nationen ja freunde das waren die fakten zur panzerhaubitze 2000 und jetzt steigen wir ein in das klemmbaustein review vom kobe set 2628 nach drei stunden bauzeit steht sie da unsere panzerhaubitze 2000 die wir im original im deutschen panzer museum in munster finden hier natürlich das kobe set 2628 mit 1006 steinchen im maßstab 1 zu 35 gehalten und ich habe mal damit sich diese panzerhaubitze quasi wie zu hause fühlt auch wenn es jetzt demnächst bei mir im regal ist hier zwei sets mit auf den tisch gepackt die wir auch von der kooperation mit den deutschen panzer museum und kubi kennen nämlich einmal hier den merkawa und unseren leopard 24 ja ganz kurz noch zur panzerhaubitze 2000 zwei sachen die ich noch zu den fakten ergänzen wollte wir sehen hier ein gap zwischen den vier rädern hier vorne und drei rädern hier hinten dieses gap ist technisch bedingt damit der automatische lada die drehung für diesen lada funktioniert deswegen haben die ingenieure dazu einen kniff gegriffen und wir haben ja hier die sogenannte rohr zerrung mit der ruhe zurung die ist notwendig weil mit einem fahrzeug das eine kaliber von l 52 hat man nicht anders als so fahren darf und damit im gefecht man immer wieder schnell in diese rohr zurung kommt ist diese beim original elektrisch also muss keine hand angelegt werden und noch ein fakt die panzerhaubitze 2000 hat bei der bundeswehr die selbstfaller fette m 110 außer dienst gesetzt beziehungsweise die feldhaubitze 155 1 sowie die panzerhaubitze 109 diese kenne ich seit meinen kindheitstagen mein partner onkel grüße gehen raus war auf dem 109 oder der 109 als oberfeldwebel unterwegs also habe ich einen bezug hier zur artillerie denn wir haben hier zwar eine panzerhaubitze aber das fahrzeug ist kein panzer es ist eine haubitze mit einem panzer unterbau das nur so am rande zur anleitung kann ich euch nur sagen das ding hat richtig spaß gemacht zu klemmen 8 plus würde ich sagen okay aber trotzdem würde ich als erwachsen mit rüber schauen wir haben hier schon ziemlich viele kleinteile und am meisten spaß hat mir wirklich gemacht der bau des turms weil wir hier wieder so schön seitenteile bauen und bau richtungsumkehr nutzen und an brackets quasi dann hier die steine dran bauen also wir sehen es hier wir bauen hier den turm kasten das seht ihr hier auf der 87 und an den seiten sehen wir die noppen und dann klemmen wir hier die schrägen die slopes die wir hier bauen ab 102 die klemmen wir dann an die seite des turms dran also ich habe mir wirklich beim bau richtig viel spaß gehabt drei stunden spaß und vor allen dingen für mich ja auch noch mal interessant hier euch drei stunden fakten liefern zu können übrig geblieben ist auch etwas wir haben hier wie immer so ein bisschen bügel perlen und ketten glieder und antennchen und bars über so wie hier diese münzen die wir brauchen bei diversen leuchten oder beim rohr also wo fangen wir anfangen wir doch mal an mit dem wirklich coolen typen schild ich habe ja leider keine eintrittskarte gewonnen trotzdem hat das panzer museum in munster pech ich werde dieses jahr dort noch jetzt kommt ein witz aufschlagen beziehungsweise einschlagen da haben wir hier dieses schöne schöne typen schild schön gedruckt mit dem logo des deutschen panzer museum in munster und natürlich der set bezeichnung panzer bis 2000 und dem maßstab in 1 zu 35 hier mit einer hinschlösung richtig cool und nun schauen wir uns das fahrzeug ein und da fällt mir an nicht an mir fällt ein dass es noch ein fakt gibt denn eigentlich ist das rohr zu lang beziehungsweise ist hier das gewicht nicht gut aufgeteilt und die ingenieure dachten sich dass man vielleicht ein kontergewicht im form von schweren wolfram in den turm einbaut aber nein man hat sich für eine billigere federkonstruktion entschieden die viel leichter ist und dem ganzen system vorgaukelt dass das rohr ausgeglichen ist das noch am rande alle fakten zur panzer bitze 2000 lege ich euch sowieso als link natürlich wieder unten in der video beschreibung ans herz da könnt ihr nachschauen es gibt dort tolle videos von zum beispiel den erfinder da gibt es ein interview von der säbelzahnmöwe und natürlich verlinke ich euch wie immer ich hier meine lieblingsbücher aus dem motorbuch verlag da findet ihr auch infos zur panzer bitze 2000 es gab ja auch nicht nur diese version sondern natürlich auch eine fahrschulversion ich glaube drei stück mit hier so einen fake aufbau einem starren rohr damit die zukünftigen haubitzen fahrer auch das fahren lernen konnten oder können schauen wir uns das fahrzeug mal genauer an fangen wir auch mal an vielleicht hier mit den gab den ich gesagt habe sieht man ganz gut hier vier räder dann kommt ein ganzer finger dazwischen bis oder passt dazwischen und dann kommen die drei räder man kann hier sie klappen so aufklappen hier die kennen wir auch vom leopard zum beispiel oder vom abraham's und dann können wir reingucken wir haben hier fast so eine typische alte kobe bauweise die vielen leuten mir auch super gut gefällt alles schön gelöst mit hinges und es geht hier sehr gut wir haben wir hier räder mit gummi drumherum die gummies werden mit der zeit immer mal ein bisschen älter also lasst dieses hat auf keinen fall im karton klemmt es sofort legt es nicht an die seite baut es baut es baut es außerdem wäre es schade wenn ihr vielleicht eine eintrittskarte habt und den karton nicht öffnet also von daher aufbauen mache ich ja mittlerweile auch so tolle drucke ich hier mit lüftungsgittern den tatzenkreuz 1 j hier auch wieder gitter da auch vorne hier diese typischen markierungen für den straßenverkehr wir haben hier das 60 weil habe ich euch gesagt die höchstgeschwindigkeit wir haben das taktische abzeichen wir haben das kennzeichen y für germany 4 1 6 9 2 8 wir haben hier blau angedeutet auf einmal einsam teils hier die okulare wir können ja auch die klappe aufmachen ich muss mal kurz die rohr so nach hinten machen und da da können wir sogar eine figur rein stellen figuren ist ja leider keine dabei trotzdem hat auch alleine dieser bau dieser riesen massiven klappe richtig spaß gemacht wir haben hier einen großen sparten wir haben hier rückfahr spiegel auch cool mit diesen steinen mit diesen sehr flachen fliesen von kobe hier kennen hier in trans clear hier haben wir überall werkzeug für die wartung und auch wieder drucke hier einen einmal vierer teil stein auch bedruckt und hier haben wir sogar auch wartungsklappen aufgedruckt und hier und da ein j das tatzenkreuz wieder wartungsklappen und von hinten das gleiche und von hinten sind wir hier richtig richtig gut bestückt was drucker angeht hier diese schutzschmutzfänger das nachtfahrzeichen beziehungsweise das rückfahrzeichen beziehungsweise das erkennungsmerkmal beziehungsweise das politische kennzeichen oder polizeiliche kennzeichen so ist ja richtig wobei politisch stimmt ja auch weil wir haben ja die deutschland fahne wir haben hier wie der werkzeug angedeutet das j und hier auch wieder das taktische abzeichen aber was mir richtig gut gefällt an diesem fahrzeug ist diese schräge heckklappe der nächste mal oder heckklappen die wir so eingebaut haben auf ball joints und ich zeige euch das jetzt mal ganz cool man kann das hier an dieser halben fliese dann benutzen als scharnier quasi oder als griff man macht so auf und schaut dann in den innenraum und ihr seht schon hier es ist schräg gelagert und man könnte dann theoretisch in diesen innenraum richtig cool er ist natürlich zu wir haben hier dann die lagerung des turms aber wir haben hier trotzdem etwas schönes gebaut und hätten hier theoretisch den innenraum und dann natürlich der turm ich habe gesagt gefällt mir richtig gut wir haben hier klappen die haben wir schräg gebaut da könnten wir auch figuren rein machen vielleicht gibt es ja mal irgendwann von kobe so ein bundeswehr battle pack sage ich mal und dann haben wir hier periskop und hier ich denke mal entweder sensoren oder scheinwerfer und natürlich unsere massive 155 mm kanone im kaliber l52 schön bedruckt auch hier die mündungsbremse und hier auch überall haben wir transklierteile da auch verbaut hier vorne in den scheinwerfern die kleinen ketten und hier hinten auch bei den scheinwerfern für den straßenverkehr in anführungszeichen straßenverkehr haben wir überall transklierteile also dieses fahrzeug hat so viele tolle details es lässt sich schön ins regal stellen hier in feuerstellung es macht sich richtig gut neben den leopard varianten zum beispiel hier von kobe und ja es passt halt gerade irgendwie auch total in die zeit dass kobe hier dieses hat rausgebracht hat das rohr hält auch ziemlich also wir haben hier keine rohrschwellschwäche was wir bei manchen anderen panzer von kobe ja manchmal haben mit der zeit also hier kann ich wirklich sagen schön gelöst und auch die ganzen kleinigkeiten hier die nebeltöpfe hier die druck ich habe es euch gesagt also wirklich ein richtig tolles set vielleicht im moment das beste panzerchen als sage ich sage ich sogar panzerchen obwohl es ja eine panzer bis ist dann sagen wir mal das vielleicht beste auf ketten gelagerte set meiner meinung nach im maßstab 1 zu 35 gerade aus dem hause kubi stand september 2024 und von unten möchte ich auch noch mal zeigen denn wir haben hier doch diese auf der seite gebaute ja wannen konstruktion die wir von vielen sets kennen aber von der seite hier sieht es wieder aus ans welz die alte kobe bauweise wäre und das finde ich richtig cool das vereint hier sage ich mal tradition und moderne wenn ich das mal so sagen darf wenn wir hier über das klemmen eines kobe sets reden ja freunde jetzt habe ich viel geredet ihr habt viele fakten gehört aber ich finde so ein set und so eine tolle kooperation sind es einfach wert und deswegen bekommt ihr jetzt noch mal ein paar mehr detailbilder wo ihr euch selber einen eindruck vom kubi set 2628 der panzerhaubitze 2000 aus der arm forces serie mit der kooperation des deutschen panzermuseums von kobe machen könnt wie eben versprochen hier die detailbilder damit euch selber einen eindruck vom set des hauses kobe der 2628 machen könnt unserer panzerhaubitze 2000 aus dem deutschen panzermuseum in munster und für alle die das deutsche panzermuseum nicht kennen hier noch mal ein paar fakten zum deutschen panzermuseum in munster das liegt in niedersachsen grob in der lüneburger heide es wurde 1983 gegründet und entstand aus der sammlung des ausbildungszentrums panzertruppen der bundeswehr das wenn wunderts auch in munster verortet ist ursprünglich diente die sammlung vor allem der zur ausbildung der soldaten und der militärhistorischen forschung doch bald wurde das potenzial erkannt diese einzigartige sammlung der öffentlichkeit zugänglich zu machen um die geschichte und entwicklung gepanzerter fahrzeuge zu veranschaulichen seit der gründung wird das museum in einer kooperation zwischen der stadt also öffentliche hand und der bundeswehr betrieben diese partnerschaft bildet das rückgrat des museumsbetriebs die stadt munster übernimmt die verwaltung und stellt die räumliche infrastruktur bereit während die bundeswehr insbesondere das schon erwähnte ausbildungszentrum der panzertruppen die fachliche unterstützung gewährleistet diese enge zusammenarbeit ermöglicht es dem museum die technischen und militärhistorischen aspekte der panzergeschichte fundiert darzustellen und natürlich muss man hier ganz doll den youtube-kanal und vor allen dingen auch den wissenschaftlichen direktor ralf ratz hervorheben ich habe logischerweise den youtube-kanal vom deutschen panzer museum monster in der video beschreibung euch verlinkt schaut dort gerne mal vorbei der herr ratz macht exorbitant gute arbeit vielleicht lasst ihr ja mal in den kommentaren einen gruß von mir da so jetzt habt ihr noch mal einen kleinen überblick über das panzer museum in munster bekommen vielleicht sehen wir uns dort jemand einmal aber jetzt schauen wir uns zum abschluss erst einmal in die augen liebe freunde ja freunde dass das video schneller zu ende als dass ich mich beherrschen muss nicht dieses hat noch ein zwei dreimal zu kaufen damit ich hier vielleicht doch eine freikarte gewinne mein plan was nämlich diese dann an euch zu verlosen denn ich bin bald fördermitglied beim deutschen panzer museum und dann hätte ich natürlich diese eintrittskarte an euch verlost für unsere community weil ich liebe diese kooperation die kobe mit den museen macht manchmal etwas schwierig dann wenn ich an england denke wegen zoll und so weiter solche sets zu bekommen aber bei diesem set hier als jemand der sich für wer technik interessiert und dann auch noch ein museum mit unterstützen kann ist so ein kobe set genau das richtige und ich habe hier baulich wirklich nichts aussetzen habt ihr ja gerade beim radio gehört ich würde mich wirklich freuen wenn ihr mal eure meinung zum set und zu dieser kooperationsgeschichte die kobe hier fährt unten in die kommentare schreibt denn ich glaube es würde eigentlich kaum eingeben der das kritisiert und ich würde sogar sagen ich hätte noch viel mehr ideen von sets die in deutschen oder internationalen museen stehen die wir bei kobe ich gerne mal in klemmbausteinen umgesetzt sehen würden wie gesagt schaut dann mal vorbei unten in die kommentare lasst da euren senfter und wenn ihr schon dabei seid schaut ein tucken höher da findet ihr nämlich alle infos zum set in der video beschreibung auch quellen wo man generell klammersteine kaufen kann und immer noch mal von mir 123 links rund um das thema und hier natürlich das deutsche panzer museum ihr kennt vielleicht den grandiosen youtube kanal vom deutschen panzer museum wenn nicht findet ihr genau da in meiner video beschreibung ja freunde und jetzt wie immer bei einem panzer der ja auch nur ein sehr sehr großes auto ist und gerade in munster bei der panzer truppenschule gibt sie auch sehr sehr viele fahrschulen wegen wünsche ich euch eine gute fahrt auf wieder bauen euer freund der blogs da